Was motiviert uns jeden Tag aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Wie stellen wir uns eine Zusammenarbeit in unserem Team vor? Dies waren wichtige Fragen, die Sie uns gestellt hatten, als wir unsere Agentur gegründet hatten. Wer sind wir? Wir sind UNTENT, wir sind eine Full Service UX Research & Consultancy Agency. Uns gibt es seit Februar 2008 und momentan haben drei Standorten. Unser Headquarter ist in Hamburg, in München und in Basel haben wir auch noch ein kleines Team. Momentan sind wir zwölf Mitarbeiter und wir sind auch noch Bestandteil eines globalen Netzwerks. Das heißt, wir haben Schwesterunternehmen in den USA, in China und in Japan. Woher kommen wir? Also wir haben alle für den gleichen Konzern gearbeitet worden. Wir waren Bestandteil des UX-Teams da und da hat sich dann die Arbeitsumgebung verändert. Es wurde umstrukturiert und ganz grundsätzlich gab es einfach eine mangelnde Wertschätzung für unsere Arbeit. Unser Teil sollte auch verkauft werden und so weiter und so fort. Die Quintessenz war, dass wir eben nicht mehr die Motivation hatten, um jeden Morgen aufzustehen und uns ins Büro zu setzen und die Arbeit zu machen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben gefunden, okay, jetzt müssen wir mal aufhören, uns zu beklagen. Wir machen es jetzt einfach selber und wir machen es so, wie wir uns das vorstellen. Was haben wir getan? Wir haben Uintent gegründet. Uintent ist basisdemokratisch organisiert. Wir haben keine Hierarchien. Wir sind vollständig im Mitarbeiterbesitz. Eigenverantwortung ist eines unserer höchsten Güter. Und wir leben oder versuchen, eine vollständige Transparenz zu leben. Wie sind wir vorgegangen? Wir hatten eine relativ lange Zeit vor der Gründung, vor der effektiven Gründung, haben uns damit beschäftigt. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie soll das Ganze aussehen? Und wir haben uns da regelmäßig getroffen und uns da abgestimmt. Es war von Anfang an nicht klar, in welche Richtung es gehen sollte. Es war quasi ein Prozess, der sich dadurch dann auch entwickelt hat. Und über mehrere Monate haben wir uns dann zusammengefunden und haben uns dann auf diese Form geeinigt. Und dann entschieden, wie unser gemeinsames Baby aussehen soll. Anschließend haben wir uns eine Verfassung gegeben, in der die wichtigsten Zusammenarbeitregeln festgehalten sind. Da drin sind auch Entscheidungsregeln enthalten. Das heißt, wann muss wer befragt werden und so weiter. Und wir haben eine Mitarbeitergenossenschaft gegründet. Auf diese Themen werde ich dann später noch näher eingehen. Unsere Verfassung. Also unsere Verfassung ist nicht ganz so sakrasant wie der Rüttlisch, wo wir hier abgebildet. Und es legt eigentlich gewisse Regeln der Zusammenarbeit fest. Zum Beispiel Verantwortlichkeiten, Sachen wie everybody is responsible to earn money. Und das geht dann auch in die gleiche Richtung mit Kommunikation. Als Beispiel, if you see a problem, speak up. Das heißt, man muss sich da dem eigenverantwortlich annehmen und sich darum kümmern und kann nicht einfach warten, bis sich das Problem von selbst löst. Dann die Entscheidungsregeln. Das heißt, wir haben unterschiedliche Quoren festgelegt für unterschiedliche Arten von Entscheidungen. Das heißt, wenn wir nur über eine simple Anschaffung diskutieren, dann reicht eine einfache Mehrheit. Wenn es um strategische Ausrichtungen geht, wie ob wir neue Mitarbeiter einstellen oder neue Offices eröffnen, dann braucht es eine 80% Mehrheit. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir sicherstellen wollten, dass ein großer Bayern innerhalb des Teams da ist, aber auch, dass nicht eine Person einfach für sich alleine das Ganze blockieren kann. Und deshalb sind wir bei 80%. Dann ganz wichtig nochmal, Transparenz. Also jeder hat bei uns jederzeit Zugriff auf alles. Das heißt, ich kann mir die Zahlen jederzeit anschauen, ich habe Zugriff auf den aktuellen Konterstand und es geht so weit, dass wir auch vollständige Lohntransparenz haben. Dann haben wir eine Genossenschaft gegründet. Die GmbH ist vollständig im Besitz der Genossenschaft. Dies ist auch aus rechtlichen Sicht für uns wesentlich einfacher zu handhaben, weil wenn wir neue Mitarbeiter hätten, neue Mitglieder, müssten wir jedes Mal zum Notar gehen, um das in der GmbH einsagen zu lassen. Über die Genossenschaft geht das wesentlich einfacher. Alle Mitarbeiter sind auch Genossenschaftsmitglieder. Das war ein gewünschter Vorgang so. Also wir wollten, von Beginn weg war klar, dass wir keine Zweiklassengesellschaft wollen. Das heißt, wir wollen keine Mitarbeiter, die Mitglied sind und Mitarbeiter, die nicht Mitglied sind. Und dann komische Dynamiken da, das wollten wir von Anfang an ausschließen. Das heißt, alle sind einfach Mitglied. Und auch alle Mitarbeiter sind mit ihrem privaten Vermögen via Genossenschaftsanteil an der GmbH beteiligt. Die Idee dahinter ist einfach, das Commitment ist aus unserer Sicht höher, wenn ein bestimmter Betrag aus eigenem Geld innerhalb der Unternehmung einfließt. Die Gewinnausschüttung läuft ebenfalls via die Genossenschaft und da haben wir eine gleichmäßige demokratische Ausschüttung. Das heißt, wir teilen pro Kopf und wir haben keine Zielvereinbarungen und sonstige künstliche Gefäße, wie dann die Höhe des Bonus oder der Gewinnausschüttung definiert wird, sondern jeder bekommt gleich viel. Dann natürlich auch ein Konstrukt ohne Hierarchien braucht eine Struktur und wir organisieren uns in kleinen, übergeordneten Teams, die für bestimmte Themenbereiche verantwortlich sind. Wir haben zum Beispiel ein kleines Team, das sich um Sales und Marketing kümmert, ein Team, das sich um Buchhaltung kümmert und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass sich diese Personen, dass sich die anderen davor drücken können. Diese Teams haben lediglich eine Koordinationsfunktion und stellen sicher, dass die Aktivitäten koordiniert sind und auch, dass die Leute, also weisen dann auch andere Leute darauf hin, dass sie ihren Teil dazu beitragen sollen. Auf Projektbasis arbeiten wir mit Ad-Hoc-Teams, die dann je nach Projektanforderungen zusammengestellt werden und da verfolgen wir natürlich den agilen Ansatz. Das heißt, die Teams sind oft interdisziplinär und die Teams haben natürlich auch Entscheidungsgewalt und können selbst entscheiden. Ganz wichtig in unserer Struktur ohne Hierarchien ist Kommunikation. Wenn keine Hierarchie besteht, besteht auch keine Rechenschaftspflicht gegenüber irgendwelchen Bossen, weil es keinen Boss gibt. Und deshalb muss man sicherstellen, dass die Kommunikation stattfindet. Wir machen das mit wöchentlichen Team-Meetings, die sind obligatorisch und wir haben sogar vierteljährliche Off-Site-Klausur-Meetings. Da ziehen wir uns zwei Tage zurück und diskutieren einfach strategische Sachen. Was lief im letzten Quartal gut? Was lief schlecht? Was müssen wir anpassen? Und solche Punkte. Dann nutzen wir natürlich auch Software-Tools. Das sind teilweise ganz Standard-Tools wie Skype for Business oder auch ein Excel-Spreadsheet, wo es um die Zahlen geht. Oder dann projektspezifische Software wie Slack und was es da alles gibt. Jira, Conference und so weiter. Was sind denn jetzt die Auswirkungen unserer Struktur? Und für uns als Mitarbeiter stellt sich, wir befinden uns plötzlich in einem völlig veränderten Arbeitsumfeld. Plötzlich ist kein Chef mehr da, der einem irgendwie die Arbeit abnimmt oder den man beschuldigen kann oder sich dahinter verstecken kann. Jeder ist gefordert im Sinn von Entrepreneurial Thinking. Das heißt, es ist jedes Mitarbeiter seine Verantwortung, die Firma vorwärts zu bringen und innovative und neue Konzepte und Ideen vorzubringen und auch einfach durchzuführen. Wir haben alle neue Verantwortlichkeiten. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich kümmere mich jetzt plötzlich neu um die Finanzen unserer Schweizer GmbH, was ich vorher nichts damit zu tun hatte. In Hamburg haben wir jetzt einen Datenschutzbeauftragten, weil das der Gesetzgeber so vorschreibt. Das heißt, wir mussten uns alle mit neuen Realitäten und neuen Aufgaben auseinandersetzen. Natürlich aber auch, es bieten uns ganz viele neue Möglichkeiten, uns zu entfalten. Wenn ich eine Idee habe, dann bespreche ich mich mit zwei, drei Leuten, dann bringe ich das vor und wir gehen das durch und wir können uns da ausleben und entfalten und auch mal Sachen versuchen, die dann vielleicht funktionieren oder eben auch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es viele Herausforderungen, die wir uns zum Teil gestellt haben, aber zum Teil auch immer noch stellen müssen oder wir dran sind. Wir sind uns bewusst, dass das quasi ein Real-Life-Experiment ist. Wir haben das alle noch nie gemacht. Wir müssen uns da auch noch zurechtfinden. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind auch nicht immer einfach für uns. Also wir haben ja keine Hierarchien, das heißt keinen Managing Director. Das ist aber irgendeinen krassen Widerspruch zu den gesetzlichen Anforderungen, wo im Handelsregister Geschäftsführer eingetragen werden müssen und so weiter und so fort. Und das ist nur ein kleines Beispiel, aber es gibt da viele kleine Punkte, die man beachten muss und die relativ viel Aufwand sind teilweise, um sie für uns zu umschiffen und unser Ding zu machen. Das veränderte Mindset. Also für uns als Mitarbeiter ist es wirklich nicht schwieriger als erwartet, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Insbesondere in Situationen, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, da neigt man schon dazu, sich wieder in die alten Rollen zu fallen und sich versuchen, irgendwie hinter einem Chef zu verstecken, den es aber nicht gibt. Und auf der anderen Seite, die ehemaligen Vorgesetzten, die müssen sich auch zuerst damit abfinden, dass es keine Bringschuld mehr gibt, ihre Untergebenen in Informationen zu teilen, sondern sie müssen sich die Information selbst holen und wenn sie die Information nicht holen, dann bekommen sie sie halt nicht. Und das klingt trivial, ist aber nicht ganz einfach. Dann hatten wir die Dauer der Entscheidungsfindung wirklich unterschätzt. Also eine demokratische Entscheidung dauert einfach länger, als wenn jetzt ein Top-Down-Management-Board sagt, so wird es gemacht. Wir haben dann auch innerhalb des Prozesses dann die Regeln angepasst. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn sich jemand innerhalb von einer gesetzten Frist nicht dazu äußert, dann wird seine Stimme als Enthaltung gewertet und so können wir den Prozess beschleunigen. Nichtsdestotrotz, es braucht seine Zeit. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir mit Wachstum um? Momentan sind wir zwölf Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass unsere Struktur, so wie sie jetzt funktioniert, bis maximal 20 Mitarbeiter funktionieren würde. Wir sind momentan daran zu definieren, wie dann die Struktur angepasst oder entwickelt werden würde, wenn wir diese Schallmauer durchbrechen würden. Und wir haben die Lösung nicht. Also das heißt, es ist wirklich ein stetiger Prozess und wir diskutieren und wägen ab und schauen, was wir tun können. Aber es gibt kein, also man kann nicht einfach ein Buch aufschlagen und sagen, okay, wir sind 25 Mitarbeiter, das müssen wir so machen. Das heißt, wir müssen das alles für uns selbst entwickeln. Dann die Integration von fremden Mitarbeitern ist ein großes Thema, wie ich ja angedeutet habe, haben wir alle schon lange zusammengearbeitet, also teilweise 10, 15 Jahre. Ich mit meinem Kollegen in Basel, ich habe schon mit ihm mehr als neun Jahre, teilen wir quasi schon ein Büro, das heißt, man kennt sich. Die Frage, die sich dann stellt, wie integrieren wir zukünftig fremde Mitarbeiter, die noch keine Historie mit uns haben, sind die dann von Anfang an Genossenschaftsmitglieder? Das heißt, was auch bedingt, dass die von Anfang an privates Kapital einschießen müssten. Oder wollen wir eine Wartefrist einführen bis zu Genossenschaftsmitglied? Wie machen wir denn das aber rechtlich? Und braucht es eine Exit-Strategie auch von Mitarbeiterseite? Es gibt viele offene Fragen, die wir uns jetzt stellen und mit denen wir beschäftigt sind. Und ja, es werden auch nicht weniger. Also, somit wir eine Lösung gefunden haben, kommt die nächste Challenge auf uns zu, wo wir uns da irgendwie zurechtfinden müssen. Dann, was haben wir für uns gelernt? Es reicht nicht, die Struktur anzupassen. Also man muss auch in seine Rolle reinwachsen. Dann, man muss Offenheit offen sein gegenüber Veränderungen, sowohl was den Start anbelangt, der Firma. Aber wir müssen auch Mut haben, quasi unsere Regeln, die wir uns mal auferlegt haben, wieder zu hinterfragen. Das heißt, es braucht auch eine Akzeptanz für mögliches Scheitern. Es braucht Zeit, also wir sind innerhalb eines Prozesses und noch ist kein Ende in Sicht. Und Zeit ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die Organisation so zu entwickeln, wie wir das wollen und neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Und dann, für uns haben wir gemerkt, es braucht ein Gefäß, um die Struktur zu hinterfragen und falls nötig anzupassen. Was wir jetzt mit unseren vierteljährlichen Quartalsmeetings machen und uns da zwei Tage zurückziehen und die Strategie anpassen und besprechen, das hat sich für uns als sehr hilfreich erwiesen und auch als sehr zielführend. Ja, und jetzt sind wir wieder motiviert aufzustehen und unserer Arbeit nachzugehen. Vielen Dank.